Herzlich Willkommen zu Let's Play Minecraft Season 2 hier zurück mit den Commander Cookie und den Cranky und mir den Playman. Hallo! Diesmal wär ich der erste, der genannt wurde. Voll klasse. Du musst ja auch irgendwie ein bisschen durch wechseln, nicht? So warte, das hätte ja Simon nicht meinen, der... Ja, aber scheiße, was er da eigentlich ist, aber... Na? Oh ja. Oh shit. Okay, so. Freunde. Ach fuck, wie kraftet man jetzt Zaun? Ja, seitlich, also die links und rechts, also quasi die Säulen, die machst du aus normalem Block. Also ist jetzt Zaun um einiges teurer, oder? Ne. Achso. Ja, genau. So, Prost nochmal. Prost. Achso. Ich trinke nur ein omnöses Getränk, ja. Ekelhaft. Achso. Ich auch nicht. So, Freunde. Was hast du vor? Ja, ich überleg grad, ich komm grad nicht mit meinem Gebäude klar. Muss ich einfach mal so sagen. Hahaha. So. Was macht ihr denn grade, ihr zwei? Meine Dachterrasse begrenzen. Dachterrasse? Ja, meinen Dachgarten mit Kühen. Ach lol, ich seh da sogar ein leichtes Fackelnlicht da ganz oben. Ja. Voll geil. Hm. Das wird jetzt schön ausgebaut. Bis ich dann mal irgendwann fertig bin, dauert's aber noch ein bisschen. Aber mir geht grad mein Stein aus, also werde ich jetzt nochmal farming gehen. Farming! Stein farmen nicht, sondern auf Suche von... Joit! Joit! Achso, ich dachte du brauchst Stein, hättest du mich fragen können. Ja, der Cranky ist ein Steinanhorter. Ja. Irgendwie muss man schon so sagen. Der vertickt alles, auch Stein. Ja. Du kannst gute Deals mit dem eingehen dann wahrscheinlich. So. Zum Beispiel, warte. Deine Mutter. Vielleicht... 20 Stacks? 20 Stacks dahein? Ja. Wie viel? Oh shit. Ähm, was denn? Nix. Nix, gut. Ja, ich bin grad in ein Loch reingefallen und da war aber Wasser dran. Gott sei Dank. Du gehabt. Ja, nicht. So. Fabio, deine... deine Angaben. Die fehlen gerade. Aber es sind doch 29. Okay. Scheitz, äh, da fehlen noch ein bisschen... Ach, wisst ihr, was ich machen kann? Ja. Was denn? Machen wir jetzt nicht ganz Axt. Nein, wir müssen da noch Regeln ausmachen, Pimmchen. Ja, aber doch, man... Na. Da müssen wir mal noch was überlegen. Aber wenn man sich die einfach so craften kann, ist das viel billiger. Ist doch cool. Nein, das ist nicht. Man könnte ja auch ein Tinder... Tinder. Timber Mod installieren, dann hast du das gleiche. Das ist der Timber Mod. Ja, aber warum... Na. Weil du dann... Dass du ja schneller, äh... Bäume abbauen kannst. Ja. Ja. Das ist ja auch der Sinner-Senario. Ja. Wenn man dann da nicht darf, dann ist das ja auch irgendwie... Ja, wir müssen uns da noch was überlegen, weil sonst... die Seltenheit macht den Wert. Es ist halt einfach so. Deswegen ist ja der Euro immer weniger wert. Das stimmt so. Das ist die reine Wahrheit. Wahrheit. Das Auto. Was? Ach, Freunde. So. Hat jemand einen Witz auf Lager? Nur schlechte. Unser Lehrer erzählt uns jeden... Jede frühen einen schlechten Witz. Das ist immer so... Lachen wir alle vor lauter Mitleid. Oder so... So lachen... Mach endlich ein... Ey, mach endlich Unterricht. Also das denke ich mir meistens nicht, dass er endlich Unterricht machen soll. Oder so... Noch ein... Weiß nicht genau. Eine Witz, der war so witzig. So quasi. Oder so. Irgendwie finde ich das doof, dass man... Das alleine nicht mehr so quer stellen kann. Sondern man so zickzack bauen muss. Aber irgendwie auch wieder cool. Das macht halt die Minecraft-Block-Sick-Kalt bis dann aus, war. Ja. Oh, verzeih. Weil das nicht absichtlich war. Also... Kommt halt einfach so. Ist voll vulgär, Alter! Ich schwör. Hässlich. Ähm... Sprintlos war. Tue ich jetzt auch immer so. Ohne... 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 Ja. Fuck, was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt essen? Wie mein Plan ist. Fabio hat immer noch keine Phrasen. Du? Ich? Ich hab genug. Fabio, willst du was? Ich hab ihm vorhin schon angeboten. Aber da meinte er... Wie soll ich dein Teufel denn dafür haben? Ja, egal. Du konntest mir einen... Du konntest mir zwei Stacks für... Ne, einen Stack für zwei Brot. Drei Brot. So dass man voll wird. Wie viel Brot ist das? Drei. Ja, ich glaub fast drei, ja. Und... Und zwei Gehirn kriegst du zu. Ja, die hab ich geschafft. Und einen Weizen. Und das eigentlich Wertvolle. Und... 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 Pfeile... Gunpowder... Wann kann ich noch anbieten? Den ganzen Crap, den du nicht mehr brauchst, ey. Und zwei Golderz. Oh, die zwei Golderz nämlich! Ne, Frau, was sagst du denn? Vielleicht wollte er sich selber die Axt davon. Oder... oder... Ich kann dir jetzt sogar noch mehr... Brot anbieten. Ich kann dir... Ich kann dir jetzt eine volle Leiste geben. Für ein Stack. Für ein Stack... Volle Leiste. Schön schlecht. Kommst du, oder soll ich kommen? Ich komm, ja. Oh, scheiße, das ist dunkel. Ey, dann kann ich mal gucken, wie... Wie deine Butze aussieht. Also, gehst du denn die Line? Jo. Sehr cool. Hat sich wahrscheinlich noch nicht so viel verändert, oder Fabio? HAAA! Ne. Pfff! Gut. Aber es wächst. Es wächst. Es wächst, ne? Ja. Ja. Es wächst, ja. Hahahaha. Was? Schon wieder. Neu, Zombies können Wasser nach oben schwingen. Sehr witzel. War das schon immer so? Ich hab keine Ahnung. Wann dann haben sie es wahrscheinlich unwillkürlich immer. Ne, das war schon immer so. Wasser... Wasserfälle hochgeworden. Mobs konnten immer Wasser hochschwimmen. Oh Gott, ja. Hallo! Hallo! Wir gucken. Mano, hier sind überall doofe Lavaseen. Guck mal, ganz premium. Oh. Ne, nur noch ein Stack, du Nutte! Oh nein, alles gut. Oh, du bist ja. Sehr gut. Der Gönner. Alter, ich hab ne Karotte gekriegt. Geil. Ach ja, aber ne. Warte, 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 warte. Alles die noch hier. Es sind aber leider nur zwei. Alles gut, dankeschön. Geil. Woher du Karotte? Ich hab doch gerade nen Zombie geschnetzelt. Oh, nice. Ich will den Stein hier nicht überhaupt machen. So schön. Tschüss! Ich hab noch Pirmchen, falls du ne Melone willst. Ich hab noch welche, ne? Oh, ja. Oh, ja. Find ich super. Gib Fabio auch gleich was. Ich bin gerade in meinem Keller. Warte, warte, ich komm zu dir. Simon. Oh, okay. Also, wo bist du denn? Dann bring ich Fabio gleich das Zeug. Oh, geil. Aber ich will die Karotte. Und du willst die Karotte? Ernsthaft? Nein, ich will dann später ne Karotte. Oder sollen wir schon mal bei mir anpflanzen? Ja, du kriegst's gerne an. Dann pflanzest du gleich an. Ja, macht man auch gleich. Oh, Monster, nochmal. Gib mir ne Kartoffel! Oh ne, nur zwei Hirn. Seit wann haben Zombies zwei Hirne? Keine Ahnung. Ich brauch hier unbedingt noch nen Pfeilgang, ey. Bitte? Ich brauch noch nen Pfeilgang nach unten. Feilgang. Nö. Oh. Alter. Was denn? Ich bin hier so ewig am Hochlaufen. Ist grad auf. Sind halt immerhin über 100 Blöcke, die ich jetzt nach oben gerade gehe, um dir eine Melone zu geben. Krass. Ja, aber... Ja, aber... ... muss ich die ganze Dingo... ...leitern. Alter, wie weit ist denn das noch? Gar nicht so weit. Ja, auch gerade. Wo bist du denn? Leiter hochklettern. Ach, hier. Guck kurz. Guck kurz. So. Oh, Tropenholz. Ja, die Putze sieht fast ganz okay aus. So. Guck gar nicht mal Lohn zu haben. Dankeschön! Wird schön. Thanks. Ich will dann keine Rolle. Wie kriegst du dann? Wie kriegst du dann? So. Alter, das... Weizen wächst ja wie sauer. Leck mir am Arsch. Fabi, ich schulde dir noch einen Weizen. Nee. Scheiße. Ja, dass du dann volles Brot wieder hast. Also, ein Brot dann. Oh, scheiße. Oh, shit. Ich finde ja im Intector Pack sieht man ein bisschen schlecht, ob's Cobblestone ist oder Normalstone. Fühle ich jetzt nicht. Oh, Gott. Also, in der Kiste. Du bist grad durch die Nase aufgestiegen. Wie? Ich meine in der Kiste jetzt. Bitte? Ich meine in der Kiste so drinnen. Achso, ja. Das ist wahr. So sieht man's natürlich, aber... So in der Kiste. Ja, ja, ja. Ich brauche unbedingt nur das Wede zu essen. So ein Brot haben wir. Fuck, jetzt hab ich gerade so ein bisschen geholfen. Ich hab wieder so ein bisschen geholfen. So alles verdealt gerade. Oh, shit. So. Ähm. Kleiner Dealer. Achja, ich könnte Melonsamen eigentlich anpflanzen. Wär vielleicht voll klug und so. Alter, warum mach ich denn hier hin? Hier flopp und ähm... Die brauchen Erde, wa? Melonen brauchen zwei Felder, ja. Okay. Hab ich jetzt, äh, hab ich ähm... Nein, ich hab kein Knochen mehr. Da hätte ich das ein bisschen beschleunigen können. Komm. Welches Level seid ihr eigentlich? Vier. Siebzehn. Oh shit. Volopi. Echt mal. Scheiß Hacker. Wir müssen ihn töten. Ja, ne? Nicht so nieder. Ihr habt mich hier schon getötet. Stimmt, ich hab ihn runtergeschubst. Ja, ich kann's am Anfang, ey. Und, und Fabi hat sogar die Erklärung, warum er nicht so viel gelacht hat. Weil er nicht geglaubt hätte... Oh, das ist ein Skelett. Äh, dass jemand jetzt einen runterschubst. Oh man. Ja. Jetzt hätte jetzt eigentlich... Jetzt hätte eigentlich keiner von uns geglaubt, wa? Dass du so ein Arschloch wärst und mich runterschubst. Ja. Nee, das hätte ich nicht geglaubt von dir. Das hat meine Meinung stark verändert. Juhu! Oh Gott. Okay, ich krieg jetzt eigentlich gleich Melonen. Ich hab einen, den hab ich voll aufgetunt und so. Voll hoch. Die Samenproduktion funktioniert dann ja auch immer ganz gut. Juhu. Ja, so eine Million pro Sekunde oder so. Ja. Was? So schnell wachsen bei Fabio die Samen nach. Du. Das ist hier Produktion am Unlimit, ey. So viel Scheuer. Oh, ich hab noch einen Apfel, geil. Ey, das ist ein Scheiß. Ich mag die neuen Zäune nicht. Ich hab auf der Fläche könnte ich doch auch eine Farm bauen. Wo denn? Auf der Fläche. Wo? Ich grade aushebe. Ja, eigentlich, ja. Unterirdische Farben sind schon wirklich anstrengend, finde ich. Wo man halt so viel ausheben muss. Aber bist ja eh dabei. Dann willst du ja nicht, dass seine Größe ist doch eh schon extrem, Alter. Ja, ey. Extreme! Oh shit. Unbelievable. Unbelievable. Oh, Aua! Fuck. Ich bin manchmal echt doof. Skelette sind irgendwie teilweise extrem dumm. Mhm. Können aber auch vorrufen und stuck gehen. Ja, das stimmt auch, Bruder. Bei Hard auch vor allem. Wir spielen ja auf easy. Was? Ja. Schau mal, Simon. In Simons Richtung. Oh shit. Okay. Was? What? Nein! 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 Ich verliere auf einmal Leben. Warum? Echt jetzt? Ja! Null. Vielleicht stirbst du. Oh! Esse, esse, hau mal in den Raum, oder was? Nein, nein, nein. Ich hab was gegessen. Alles gut. Oh, dann stirbt man jetzt auch noch. Oh Gott. Ja. Alter. Geile Sache. Sollte man echt gucken, dass man... Hast du gerade die Schwierigkeit grad hochgestellt? Ja, auf drei, auf drei, ja. Alter! Ultra. Hier, Pürchen, so, dass ich das sage, ja, ja. Hä? Nee, ich muss sagen, ich muss sagen, hart fände ich auch jetzt irgendwie spannender. Ja, besonders wenn wir jetzt einen Deathcounter haben, dann zählt das ja auch was, ne? Ja, das ist ja... Ich muss jetzt was anbauen! Und jetzt Creeper können jetzt instant killen. Oh Gott. Och nee. Ja. Stone, stone, stone. Überall stone. Oh, feier ich. Ach. Ich... Mit sowas kann man mich immer sehr gut zum Lachen bringen. Alter. Ich find Zaun ist jetzt ein ganz schöner Schlucker. Mir hat der alte Zaun besser gefallen. Das ist grad vorhin schon erwähnt. Ich... Ich... Ich muss das nur nochmal sagen, weil das ist extrem. Ich verbrauch grad so viel Holz für doofen Zaun. Ich hab voll Angst, ey. Ich muss jetzt nur mal durch die Gegend gucken. vorhin noch nehmen hier. xD